Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Passionsandachten der Offensive Junger Christen, OEC 2024. Sie hören einen Impuls von Rahel Rasmussen zu Markus 15, die Verse 42-47. Grablegung. Und als es schon Abend wurde, und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Und er kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt war. Der Tag der Hinrichtung Jesu neigt sich dem Ende zu. Für viele war's das. Für die Henker naht der Feierabend. Für die meisten Zuschauer die letzten Vorbereitungen für den Sabbat. Für manche Nachfolger Jesu vielleicht das Dunkel der Verzweiflung, Trauer, Leere oder Flucht. Für andere war's das noch nicht. Fünf Personen werden in diesem kurzen Textabschnitt erwähnt. Drei von ihnen sind Nachfolger Jesu. Die anderen zwei sind Auftraggeber und Vollstrecker der Exekution. Alle fünf sind wachsame Beobachter des Geschehens. Es ist auffallend viel Bewegung in diesem Text. Viele Verben. Alles dreht sich um Jesus. Selbst die Gedanken der mächtigen Römer. Pilatus wundert sich, dass Jesus schon gestorben sein soll, und befragt zur Kontrolle den Hauptmann, der gerade Jesus erkannt hatte. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Jesu Leichnam hängt noch am Kreuz. Laut Thora darf ein Hingerichteter über Nacht nicht am Holz hängen bleiben, sondern muss am selben Tag begraben werden. Das Land und das Volk sollen dadurch nicht verunreinigt und verflucht werden. Das lesen wir in 5. Mose 21, die Verse 22 und 23. Josef von Arimathea weiß das. Er handelt schnell, mutig und selbstlos. Er handelt aus Gehorsam zur Thora, aus Verantwortung für sein Volk und aus Liebe zu seinem neuen Meister. Er legt Jesus in sein privates Grab und schließt die Gruft. Den beiden Frauen, den zwei Marias, bleibt nicht genug Zeit für die letzte Ehre, die sie Jesus durch Salbung erweisen wollen. Aber sie merken sich das Grab. Auch wenn es verschlossen ist, war es das für sie noch nicht. Am dritten Tag werden sie wiederkommen. Es ist auffallend viel Bewegung in diesen Versen. In jeder und jedem löst der Tod Jesu etwas aus. Was bewegt sein Tod in meinem Leben?